Hallo liebe Aktienlustfreunde, auch am Wochenende geht es wieder weiter mit unserem Video Adventskalender und heute öffnen wir Türchen Nummer 12 und als Verstärkung habe ich mir heute den Chefredakteur unseres Turnaround-Briefs mit ins Boot geholt, nämlich den Markus Neugebauer. Hallo Markus, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Nicole und hallo an alle Zuschauer. Ja, Markus, du hast dich ja vor vielen Jahren schon in deiner Zeit als Analyst und Redakteur der Plato-Börse mit dem Thema Value Investing und Turnaround Investments beschäftigt, das heißt schnelle Trades oder Chart-Technik spielen für dich bei Investments weniger eine Rolle. Erzähl doch mal, was genau ist deine Strategie? Also meine Strategie Nicole ist ganz einfach die, dass wir versuchen Aktien unter dem wahren Wert zu kaufen. Das heißt, wie es Bache so schön sagen würde, den Euro für 50, 30, 20 Cent zu kaufen. Das ist natürlich immer das Idealszenario. Trading war noch nie meine Passion. Ich bin schon immer irgendwo von der Fundamentalseite gekommen, erklärt sich auch aus meinem Studiengang. Ich habe Kontrollen gelernt, ja, von der Pike auf Erbsenzähler nennt man sowas. Und im Endeffekt, ja, werden von uns die ganzen Bilanzen gecheckt, ja, und mit dem Vorstand auch mehr oder weniger dann auch abgestimmt. Ich will auf jeden Fall auch das Management kennenlernen, bevor ich in irgendeine Aktie reingehe. Okay, und das hat uns in den letzten Jahren eigentlich auch ganz gute Performance auch beschert. Jetzt hatten wir ja dieses Jahr ein außergewöhnliches Jahr mit Corona. Eine vergleichbare Situation, wie Sie aktuell erleben, gab es so noch nie. Funktioniert denn jetzt deine Turnaround-Strategie auch in solchen Krisen oder Crash-Phasen? Ja, ich sag mal so, in den Crash-Phasen ist ja genau die Turnaround-Strategie gefragt, weil gerade wenn die Aktien billig werden, gecrasht sind, ja, dann sind ja teilweise auch Werte runtergekommen oder Aktien gefallen, die teilweise zu Unrecht da niedergeprügigt wurden. Und genau da setzen wir dann auch an. Wir kaufen dann diese Werte um mehr oder weniger, ja, da muss man dann auch kaufen, wenn die Kanonen donnern, ja. Und im Endeffekt haben wir damit auch Erfolg gehabt und das ist eigentlich auch letztendlich das, was die Börse ausmacht, Aktien dann zu kaufen, wenn sie keiner haben möchte. Wenn ich jetzt nun die passende Turnaround- oder Value-Aktie gefunden habe, wie gehe ich da als Anleger bei Turnaround-Investments am besten vor? Ich meine, den Tiefpunkt erwischt man ja selten oder so gut wie nie. Ja, ich sag mal, in fallenden Aktienkursen ist es wirklich schwer, dann auch den passenden Einstiegszeitpunkt zu finden. Man darf sich davon niemals blenden lassen, dass man am Tief kauft und am Hoch verkauft. Wer das auf Dauer schafft, ja, der ist entweder ein Lügner oder ist einfach, er hat eine Glaskugel zu Hause. Das passiert nicht, ja. Deswegen gehen wir meistens auch in drei Branchen vor. Das heißt, wir nehmen erstmal eine Testposition von so einer Aktie auf, schauen dann, wie sich so eine Aktie entwickelt. Steigt sie, ist das auch kein Problem. Man kann auch in steigenden Kursen nachkaufen. Dann hat man letztendlich auch das Tief erwischt, was, wie gesagt, sehr selten ist. Oder die Aktie fällt weiter, ist weiter am Abwärtstrend. Dann kaufen wir natürlich weiter nach, weil wir diese fundamentale Analyse im Rücken haben, die uns bestätigt. Ansonsten könnte man nicht so gezielt dann auch in diese Werte reingehen. Hast du vielleicht jetzt mal ein Beispiel aus der Vergangenheit? Was war dein größter Erfolg dieses Jahr? Ja, dieses Jahr ist ganz klar Hornbach zu nennen. Also Hornbach hat sich ja in der Spitze vervierfacht, aktuell immer noch trotz Korrektur verdreifacht. Das Corona-Szenario ist da ein bisschen raus jetzt. Die Luft wird ein bisschen abgelassen. Trotz alledem ist die Aktie immer noch knapp 50 Prozent unter Buchwert zu haben. Das heißt, wir haben selbst trotz dieser Kursverdreifachung immer noch ein Verdopplungspotenzial. Das übersehen viele. Dass so eine Aktie dann auch mal korrigiert, nach einer Vervierfachung, ist völlig normal, weil letztendlich da auch Trader dann drauf sitzen. Die gehen nach Chart-Technik, die gehen nach schnellen Kurzgewinnen. Die verkaufen dann, ist auch nichts gegen einzuwenden, Gewinne mitzunehmen. Aber wir verkaufen den Euro nicht für 50 Cent, sondern wir wollen dann auch den Euro haben. Ja, wow. Super Performance mit Hornbach auf jeden Fall. Ja, aktuell haben wir ja einige Aktien, die es richtig gebeutelt hat, bei denen jetzt so ein Turnaround anstehen könnte. Ich denke da zum Beispiel an die Reise- und Touristikbranche. Wie sieht es denn so ein Beispiel aus mit Booking, Expedia oder sogar TUI? Ja, Nicole, da sprichst du schon an. Also TUI, da bekomme ich so viele Nachfragen. Da darf man auf jeden Fall nicht übersehen, dass natürlich TUI jetzt eine enorme Verschuldung aufgebaut hat. Nicht alles, was tief fällt, steigt dann auch wieder. Ja, also TUI wird damit beschäftigt sein, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, selbst wenn das Geschäft richtig wieder boomt nach Corona, erst mal die Schulden abzutragen. Das heißt, Dividenden, wie wir es früher gewohnt waren bei TUI, von acht, neun, zehn Prozent, die werden erst mal der Vergangenheit angehören. Bei Booking.com, Expedia oder C-Trip aus China, da haben wir ganz klar den Vorteil, dass diese Unternehmen selbst nach 80, 90 Prozent Umsatzeinbruch trotzdem noch Geld verdient haben. Das heißt, diese Unternehmen werden trotz des Einbruchs viel, viel stärker noch zurückkommen und werden sich auch die Marktanteile von den Reisebüros, von den Reiseunternehmen, die jetzt die Kurve nicht mehr kriegen und nicht vom Staat gestützt werden, werden die von denen übernehmen und werden dadurch natürlich auch viel, viel stärker aus der Krise hervorkommen. Deswegen, wenn Reiseaktien, dann würde ich immer auf Booking, C-Trip, Expedia und Co. setzen. Sehe ich schon, auf jeden Fall sehr spannend. Da gibt es bestimmt einige Aktien mit großem Turnaround-Potenzial. Ja, Markus, in dem Zusammenhang hast du unseren Zuschauern auch ein Geschenk mitgebracht. Ja, klar, für die Verlosung bei dir im Adventskalender wollen wir für drei Monate 249 Euro, kostet normal das Turnaround-Abo, auf drei Monate werden wir ein Abo verlosen. Derjenige, der gewinnt, der braucht sich auch keine Sorgen machen, dass er sich dann irgendwo ein Abo mehr oder weniger auffällt, sondern das Abo läuft automatisch aus. Das heißt, wenn er danach weiterlesen möchte, teilt er es uns kurz mit. Ansonsten kommt er in den Genuss von drei Monaten Turnaround durch. Ja, danke, Markus. Ganz tolles Geschenk, was du da für uns mitgebracht hast. Danke auch für deine Infos zum Turnaround-Brief und für das kurze Interview. Ja, wenn ihr also drei Monate lang den Turnaround-Brief gewinnen möchtet, dann liked das Video beziehungsweise den Beitrag, abonniert unseren YouTube-Kanal und oder folgt mir auf Instagram und schreibt diesmal in die Kommentare, welche Strategie verfolgt ihr denn an der Börse? Ist es die Turnaround-Strategie, Buy and Hold, Trendfolge? Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Genaue Teilnahmebedingungen findet ihr wieder unter dem Video. Wir wünschen euch viel Glück. Bis morgen. Eure Nicole und der Markus Neugebauer. Tschüss.